Wir testen heute für euch die Sommerrodelbahn in St. Krona am Wechsel. Wir haben Glück mit dem Wetter. Kommt mit rein und ich zeige euch am Ende noch einen Profitipp, wie ihr am meisten Spaß habt. Wir haben uns die Steiermark-Karte geholt und gedacht, warum nicht einfach alles ausprobieren? 172 einzigartige steirische Erlebnisse warten auf uns und unsere sechsköpfige Familie mit Kindern zwischen 6 und 15 Jahren hat sich vorgenommen, alle Aktivitäten zu erleben. Kommt mit, wenn wir gemeinsam das Beste der Steiermark entdecken. Okay, wir fahren los. Wow, das geht schon ganz schön ab. Also, wie ist das Panik? Warum ist das keine Panik? Ja, Panik habe ich auch nicht, aber es ist ganz schön cool. Ja, wir quälten es auch. Ja, wir quälten es auch. Es ist halt schon ganz schön. Nicht ohne. Hat es nicht mit ohne? Es ist nicht ohne. Wow, voll die Spirale. Ich schau mal die anderen, bevor wir mal über die anderen kommen. Da oben kommen die anderen. Da kommt die Zinscher. Weil ich die Zinscher filmen. Da kommt die Zinscher angerauscht. Wir fahren noch immer noch vorne. Ja. Juhu. Das ist das Ende. Okay, wir sind durch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Voller Nervenkitzel. Also, super Empfehlung. Der Pro-Tipp für euch ist, dass ihr hier mit diesen Bremsen, dass ihr nicht bremst. Ihr könnt natürlich bremsen, wenn ihr langsam fahren wollt. Aber es ist super gemacht. Es ist absolut sicher. Man ist angeschnallt. Es kann nichts passieren. Also, ihr könnt die ganze Zeit Vollspeed fahren und werdet dann durchgeschüttelt und habt dann das Vollspeed-Erlebnis. Also, lasst euch inspirieren und probiert mal was Neues. Also, das ist das.